Im Rahmen unserer Kochshow haben wir dies Jahr zu unserem Adventskalender-Gewinnspiel auch wieder ein Türchen befüllt. Mit etwas ganz Besonderem, das ist nämlich der Nikolauspreis, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und Jörg, du hast da ein bisschen mehr Informationen zu. Was haben wir denn hier liegen? Ja, auf jeden Fall beim Wein habe ich etwas mehr Informationen. Das ist ein gelber Orléans. Das ist angeblich die älteste Weißweinsorte, die in Deutschland angebaut wurde, also aus dem 11. Jahrhundert. Und jetzt wieder über den Versuchsanbau wieder versucht wird zu rekultivieren. Und so eine von diesen Spezialflaschen, von denen es wirklich nur ganz wenige gibt, haben wir heute im Präsentkorb. Und zwar von der Firma Großwein oder vom Weingut Großwein aus Meckenheim. Und die kennen wir auch persönlich, die zwei Mädels, die dafür verantwortlich sind. Und nebenbei, weil es ihnen sonst zu langweilig wird, machen sie auch noch ein Trachtenmodengeschäft mit wunderschönen ausgefallenen Sachen. Ich finde da jetzt weniger bei, gebe ich zu, aber... Ich habe da immer ganz viel von. Und wir haben hier in dem Rahmen, haben wir jetzt einen Accessoire, was ich selber nicht kenne. Deswegen, das ist echt eine Überraschung, aber es fühlt sich schön an, weich und wahrscheinlich warm. Und dann haben wir hier noch einen Gutschein im Wert von 25 Euro. Also dieser Preis lohnt sich wirklich, würde ich sagen, oder? Ja, also wenn ich die Chance hätte und wir auf der anderen Seite der Kamera, würde ich jetzt mitmachen. Genau, deswegen unbedingt mitmachen unter www.anixerhd.tv slash Gewinnspiel. Klicken Sie unsere Gewinnspielbedingungen an und schon sind Sie im Lostopf. Viel Spaß, viel Glück und schönen Advent. Toi, toi, toi.